hallo freunde guten tag wie geht es euch freut mich eigentlich wir sind heute hier auf einem gebirge auf einem berg könnte man sagen so guten tag wie geht es ihnen so würden sie etwas sagen wo sind wir heute und was machen wir hier ja vielen dank für diese gelegenheit heute sind wir auf die berge und hier sind wir alle studenten von wir sind hier über eine sprachreise und wir werden hier viele viele wir werden hier viele informationen nehmen mit der wir werden hier gute reise machen sehr gut und wie heißen sie mir geht es woher kommst du hast ich komme aus und was machen wir hier wir machen hier sprachreise also gefällt ihnen das ja ja das gefällt mir sie schon wunderbar unsere freunde sind studenten sind wirklich so begeistert sie wollen einfach alles genießen natürlich deutsch lernen wir sowieso aber manchmal sind wir unterwegs und dann werden wir etwas entdecken das ist einfach großartig es ist wirklich spaß gleich große hier ist auch ja hallo holloh bhabbek kataria guten morgen guten morgen guten tag wie geht es ihnen in an ja perfekt und hier sehen wir auch Professor J.V.D. Murthy. Hallo Sir. Freut mich. Hallo guten Morgen. Guten Morgen Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es perfekt. Heute eigentlich extra gut würde ich sagen. Mit Studenten bin ich hier auf Sprachreise. Bitte stellen Sie sich ein bisschen vor. Hallo alle. Ich heiße Eichmann. Ich komme aus Dschepo. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich bin gerade bei einer Sprachreise mit Dschepo und die Rest der Gruppe. Okay. Und seit wann lernen Sie Deutsch? Fast drei Jahre. Aha. Interessant. Und sind Sie mit uns zum ersten Mal? Ja. Das ist eigentlich mein erstes Mal. Und wie finden Sie die Reise? So weit so gut. Meine linke Beine tut ein bisschen weh. Aber das ist nur wegen anderer Gründe. Aber wir klettern hin auf die Arabli-Hügel. Und das Wetter ist sehr gut. Ich bin eigentlich Künstler. Und so eine Ausblicke erfahren zu können, hilft mir immer. Ja. Und dafür danke ich Ihnen dafür. Und denken Sie, solche Reisen sind wirklich gut für Studenten auch? Ja. Ich stimme Ihnen zu. Wir kennen uns einander. Wir lernen uns einander kennen. Und in der Klasse, also die Chancen, mehr übereinander zu wissen, ist ein bisschen beschwingt. Weil wir nur mit unseren Gruppen, unseren Klassen mitmachen. Aber hier, wir alle sind zusammen. Und wir können hier über alles diskutieren. Und die Gespräche sind lockerer als in der Klasse. So würde ich sagen. Ja. Vielen Dank. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Wie geht es Ihnen? Perfekt. Ja. Es geht auch sehr gut, Sir. Und wir genießen dieses Fahrt, diese Reise sehr. Und wir haben früher Morgen auf diesen Flügel gekommen. Und genießen unsere Reise sehr mit unseren Freunden, neuen Freunden. Und zusammen mit Murthy, Sir und Devgaren, Sir. Das ist eine aufregende Reise von uns. Wie heißen Sie und woher kommen Sie? Ich heiße Mayank. Ich komme aus Delhi, die Hauptstadt von Indien. Und ich bin hier für einen Kurs gekommen. Teacher's Training Kurs. Und heute gab es einen Plan, auf dem Flügel zu klettern. Und wir sind hier gekommen. Und das ist sehr, sehr... Wir haben hier frische Luft. Und eine sehr gute Ansicht können wir von hier sehen. Und was für ein besonderer Tag. Und wie heißen Sie? Ja, ich heiße Mayank. Ich komme aus Afghanistan. Und wir sind hier. Wir sind hier, weil wir etwas Neues machen. Und natürlich, also das ist sehr wichtig für neue Länder. Natürlich. Die Natur ist immer sehr, sehr schön und sehr hell. Es ist so hell hier. Es ist so schön, dass alles sieht so schön hier aus. Von hier aus. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Unsere begeisterten Freunde, Studenten sind hier. Woher kommen Sie und wie heißen Sie? Hallo, ich heiße Mayank. Und ich komme aus Delhi, die Hauptstadt-Indien. Ja, natürlich. Hallo, ich heiße Anil Kumawad. Ich komme aus Sambar. Sambar Lake, Rajasthan. Perfect. Wir waren eigentlich kurz da. Ja. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Wesh. Ich komme aus Lathbeta. Good morning. Alva. Alva. Hallo, ich heiße Anil Kumawad. Ich komme aus Jekyll, Rajasthan. Perfect. Perfect. Hallo, ich heiße Anil Kumawad. Ich komme aus Bihar. Ich komme aus Lathbeta. Perfect. Hallo, ich heiße Behrut Sing. Ich komme aus Jodhpur, in Japan. Perfect. Hallo, ich heiße Rahul Jankil. Ich komme aus Sambar, Rajasthan. Ja, schon. Hallo, ich heiße Anil Kumawad. Ich komme aus Jephurasthan. Okay. Sie lernen hier seit... Das ist eigentlich neuste Gruppe. Nur acht Tage alt. Kann ich verstehen? Hallo, guten Morgen. Ich heiße Behrut Sing. Und ich komme aus Jodhpur, in Japan. Sehr schön. Hallo, ich heiße Kursangil. Ich komme aus Jekyll, Rajasthan. Okay. Perfekt. Hallo, Leute. Ich heiße Mahmastabas Khan. Ich komme aus Jhar Khan. Perfect. Hallo, ich heiße Rahul Jankil. Ich komme aus Jephurasthan. Wir sind auch da. Hallo, wir sind. Hallo, guten Tag. Hallo, Leute. Ich heiße Brindertowdri und Komme aus Jephurasthan. Aha. Hallo, guten Tag, alle Freunde. Ich heiße Rahul Jankil. Ich komme aus Jephurasthan. Ich komme aus Jephurasthan. Sikhar. Hallo, alle Freunde. Ich heiße Harspal. Ich komme aus Jephurasthan. Aha. Hallo, alle Freunde. Ich heiße Rahul Jankil. Ich komme aus Jephurasthan. Hallo, ich heiße Rahul Jankil. Ich komme aus Jephurasthan. Hallo, alle Freunde. Ich heiße Lorke. Ich komme aus Jephurasthan. 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 Hallo, guten Tag. Ich komme aus Jephurasthan. 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 Wir sind alle sehr glücklich. Seh schon, wunderbar, sehr gut, die Studenten sind wirklich so begeistert und du da, eigentlich Ich komme aus Jaipur, ich komme aus Jaipur, ich komme aus Jaipur. Sehr gut, wunderbar, vielen lieben Dank, wir haben noch hier eins. Hallo, guten Morgen, ich heiße Kela Svodri, ich komme aus Nagur, aus Rastan. Hallo Leute, ich heiße Kela Svodri, ich komme aus Rastan. Sehr schön, Dankeschön und da ist unser Professor Auk und der Kleine da. Hallo. 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 Hallo.